Moin Leute, willkommen zurück zu einer Runde Black Ops 2 Multiplayer mit mir, dem Minehoster, wie auch immer. Und ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt schon wieder, oder nicht schon wieder, dass es jetzt endlich mal wieder losgeht mit hier Multiplayer. Es kam jetzt schon seit 49 Tagen kein Multiplayer vom, Multiplayer vom Black Ops 2. Und ich hatte die ganze Zeit ehrlich gesagt keine Zeit, weil ich hier noch arbeiten musste und das ist richtig stressig. Weil, ähm, nachmittags bin ich so um halb drei, drei zu Hause und da will ich mich noch ausruhen, weil ich meistens, oder immer, dann ist schon um 5 Uhr geben will. Und das ist schon verwunderlich, dass ich dann überhaupt noch aufnehme, weil am liebsten würde ich mich ausruhen. Aber ich mache ja gerne für euch Videos, wenn mal ein bisschen mehr zuschauen würden, dann würde, würde, würde mir das mehr Spaß machen, aber was soll, so ist das halt dann Anfang. Und ich hoffe, dass ich irgendwann noch mal mehr Abonnenten zukriege. Ich habe jetzt 28 Abonnenten, das hat sich jetzt gerade in den Monaten eigentlich überhaupt nicht gesteigert. Ich habe mal ab 29, 28, dann habe ich, das ist einfach scheiße. Ja, wir probieren uns schon an dem Multiplayer hier und, ähm, letztes Mal, wo ich aufgenommen habe, war ich, ähm, Prestige 1 und jetzt bin ich, ähm, Prestige 3 oder 4, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, wo ist das, hier, Kampfhistorie, äh, ja, hier, äh, Prestige 3, Level 20, ja, ist schon eine Weile her. Jetzt bei Prestige bin ich, äh, höher geworden. Ja, so lange ging das. Und, ja, wollen wir einfach mal hier loslegen. Und ich kann mal hier zeigen, äh, welche Waffe ich in letzter Zeit spiele, einmal mit der MP7, hier schon Prestige 2, Level 9, und einmal mit der 1-94 oder so, mit Raketenwerfer. Und, ja, dann wollen wir auch mal hier loslegen, ne, Standards und Team Deathmatch, manchmal haben wir am Anfang hier, ne. Und, äh, sind wir auch schon drin, hier. Wait, wollen wir mal zocken, hier, hä? Ich glaube ich besten Liste, oh, ich bin auf dem vierten, hä hä hä. Aber eine Tode sind immer noch negativ hier. Und, äh, zu, äh, 59 bin ich immer noch im Minus. Boah, die Scheiße, ach du fucking Fresse, ist der schlecht, ey. Boah. Ich fahrt mich, wie man so schlecht sein kann, ja, ich laber jetzt so einen Scheiß, aber ich bin auch nicht viel besser. Ich hoffe, ich hoffe auch mal, dass ich mich hier verbessert habe in letzter Zeit. Worte pro Minute, boah, 370, das ist auch schon viel. Diet und los geht's hier. Wait. Dann hau mal rein, geht's hier. Dann hau mal rein, geht's hier. Dann hau mal rein, geht's hier. Oh, da oben kämmt keiner drin. So, da ist der erste Schnitzel auch schon weg hier, ne. Nein, 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 oh. Wo ist er, wo ist er, abhauen, abhauen, abhauen und ich werde sterben, ich werde sterben. Wo sind die, wo sind die, gehe ich raus. Ich glaube, hier kommt jemand. Schau drüber, irgendwas. Ja, da sind die Schnitzels weg, Jungs. Ey, so, mach. What the fuck? Wo kam der? What the fuck? Nein, mach doch besser, du Mist geworden. Oh Gott, ey. Ah, Mann. Ich habe auch Lust mit Sniper zu spielen, aber ich kann das nicht. Quickscope, wie auch immer hier. Stirb doch, du Schnitzel. Da ist der zweite auch weg, Doppelabschuss. Stirb doch, du Huuu. Ey, wie viel er wieder aushält. Jetzt beginnt es gleich ein Fehler. Wir haben die Kontrolle verloren. Das mit den Scheiben hier sieht auch realistisch aus. Zack, ne, das. Abgeschossen. Nein, fuck. Ich hätte erstmal so eine Blendgranate rein und schmeißen sollen. Hier. Da. Und dann hat er noch eine Taktikmaske drauf. Das war richtig schwach. Das war richtig schwach. Jetzt begebe ich mich auch schon langsam wieder auf die negativen... Oh, ey, was soll das denn? Negative KD zu. Ja, also er schießt aus dem Auto und ich sterbe. Alles klar. Ja, klar, ne, er trifft mich nochmal, ne. Vorher schon geblendet ist. Oh, mit Sniper denn. Okay. Alles klar. Feindliche Drohne nähert sich. Nein, feindlich. Oh, was ist das denn für ein Fug, ey. Okay. Weg, 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 weg. Ich bin schon halbtot. Nein, 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 ins Wasser. Ah, 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 ah. Ich habe noch überlebt. Und kommt da jemand? Der ist tot. Fuck, er hat mich schon gesehen. Ja, hat er mich ein kleines Stückchen gesehen. Geil, ich habe ihn sogar abgetroffen. So, jetzt chillen wir mal ein bisschen hier drin. Ja, ein bisschen chillen hier. Oh, das war schwach. Tarn-Helikopter wollen wir natürlich nicht begegnen. Weg, schnitzel. Was willst du hier? Komm mal weg hier, ey. Junge. Oh, das war knapp. Oh, kommt eigentlich keiner hier. Wenn die hier warten, wenn die hier warten, dann sind wir da. Oder dann sind wir nicht immer da. Doch, weg auch. Weg. 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 Jetzt gehe ich hier gerade ab, hä? Jetzt müssen sie doch mal von hierher kommen. Obwohl ich nur hier oben campe, aber egal. Hauptsache, ich kill welche. Weg. So, noch ein Kill, dann haben wir Dragonfire hier. Das schaffen wir bestimmt den nicht. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So ein Scheiß, so ein Scheiß, ey. Beim letzten Kill und der wirft uns noch mit einer Zemtex ab. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, schade. So. Fuck. Oh, ich hab schon gedacht. Hier, Drohnen-Teams. So macht man das. So macht man das. Ah, schade, nicht letzter Kill gemacht. Oh, knapp hier. Na, ich bin der Beste. Aber der erste von denen hat mehr Kills als ich. Aber er ist dafür mehrmals gestorben. Einmal Blutrundsicht, zweimal, äh, dreimal Doppelabschuss. Sieger. Statistik, was ist das? Achso. Ne, Zufall hier. Ah, auf der Macht habe ich keinen Bock. Ich will hier mit Ballista spielen. Oder ich mach mir jetzt einfach mal hier, hier mit der hier, habe ich auch schon Prestige. Äh, das hier. Ähm, was kommt denn noch Schönes hier drauf? Ähm, das hier. Und andere Secondary. Ähm, die hat einen fetten Sound hier, finde ich. Äh, das hier einfach mal. Das hier. Und die hier. Und so, ist okay. Jetzt wollen wir mal ein bisschen versuchen hier. Quick Scope. Obwohl wir das ähnlich hinkriegen werden. Das sage ich euch jetzt schon gleich. Obwohl es ab und zu mal so einen Lauf gibt, wo ich, äh, obwohl ich das gut kann, denn. Aber das ist selten, sag ich mal. Los, machen wir diese Schnitzel fertig jetzt. Keiner da hinten. Oh, mit 30 FPS ist das scheiße. Oh, Glück. Ah, warum habe ich 30 FPS? Oh, da sieht man mal ein Noob sein. Warte mal, ich unterbreche kurz. Oh, fuck. Ich unterbreche kurz die Aufnahme. Vielleicht berücksicht ich denn etwas, weil für mich ist das ein bisschen loben. So, geht es gleich wieder weiter hier und wieder auf 30 FPS. Ich weiß gar nicht warum. Oh, ich weiß gar nicht warum. Oh, wie schlecht kann man denn nur sein? Warte, 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 warte. Aber der... Ah, das ist doch scheiße mit 30 FPS, ja, Mensch. warum habe ich 30 fps das ist scheiße für mich aber für euch ist das normal ja mein freund läuft darum aber ihn eigentlich nicht das regt mich so auf stirbt doch wieder verpasst im headshot ich sag mal bis gleich ich werde das mal regeln weil für mich ist 30 fps ganz scheiße bis gleich so da bin ich wieder und jetzt läuft auch flüssig hier für mich 60 fps normale sache schlecht gemacht der kollege ich will aus dem krieg scope naja gegen schrottflinte habe ich da keine chance ich will aus dem krieg scope ich ganz nicht auch zu glück habe ich dir noch habe ich durch schnitzel du klein stück wo der liebte drei körper 4 zu 6 6 da war doch wir haben die kontrolle übernommen dabei haben die führung verloren ich spiel quickscope aber ich bin ein noob ich kann es nicht hey man